und hallo herzlich willkommen zu einem neuen video ein reaktionsvideo auf nintendo direct kam vorgestern ja wir gucken uns das mal an ein 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 Was? Nicht euer Scheißernst. Alter, guck mal heute die Unterschiede an zwischen Switch und Wii. Alter. Uns alle haben gedacht, dass kommt Mario Galaxy 3 raus. Ne, falsch bitte. Mario Galaxy 1. Ja. 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 Um 21. November. Okay. Mario Kart? Mario Kart A... Achte Lachs? Was für Kaps 9, August 2020 und so. Funky Kong. 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 Fui. Funky Kong. Vielen Dank. 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 Wow. Dita 5? Dita 5? Das heißt, es kommt PC, PS4, Xbox-Port, was, das heißt, es kommt PC, PS4, Xbox-Port, das heißt, es kommt PC, PS4, Xbox-Port, das heißt, es kommt PC, PS5, Xbox-Port, Lasst ein Like da, dass euch das Video gefallen hat und schreibt uns in die Kommentare, die ihr darauf freut, auf die DLC und so viel Spiele. Bis dahin, ciao, euer Bus und Bahn ins Battle. Bis dahin, ciao.